Jetzt, ähm, sehen Sie einen Fluchtversuch aus der DDR. Zwei Stunden geschaufelt, aber gleich bin ich durch dieser, durch diese dumme Mauer durch. Licht! Schönen guten Tag, wir sind jetzt da, wir sind jetzt festgenommen. Kann ich's nochmal versuchen? Nein, das kannst du nicht vergessen, los mit, komm! Wir müssen uns beeilen, in 20 Minuten kommt der nächste Dämpf.